hallo und herzlich willkommen willkommen zu shovel night muss ich noch mal gucken auf wie das gespielt wird mittlerweile wisst ihr ja wie ich heiße bestätigen hm okay okay gut Und dann? Und los geht's. Mal gucken, wie wir springen hier. Jetzt kommt erstmal die Geschichte. Und los geht's. Awww Ja, da haben wir so einige Gegner. So. Aha, gut. Okay. Okay. Jetzt müssen wir gerade was ausprobieren. Wir müssen gerade mal sterben. So. Eine Minute, ein Momentchen. Mama. 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 Radau. Auf der A9. Jetzt haben wir es. Sorry. Und noch eine andere Seite. Jetzt. Gut. Dann mal den Controller angestellt. Jetzt müsste es funktionieren. Ja. Dreck. Dreck. Naja. Wir können ja nochmal anfangen. So, weiter geht's. Gewusst wie hin, ne? Wie gesagt, wir nehmen alles mit, ne? Die Dreckige Käfer hier. Okay. Wenn man sich nämlich genau da rein stellt, dann... Jetzt wird's lustig. Mann, alter. Ach, so geht's auch. Das ist echt geil, dass man sowas spielen kann. Nachficken. Da haben wir schon mal den ersten Checkpoint hier. Na, das war zu... Bisschen dann springen, wenn's da vorne ist. Egal. Ne. Ah! Scheiß, der... Naja, wir haben schon mal einen Checkpoint, ne. Wir kriegen 154 abgezockt. Dafür, dass wir gestorben sind. Naja, zumindest kriegen wir kein Leben abgezockt. So wie bei Dark Souls. Hahaha. Du dreckige Sau, echt. Zumindest eine Stage wollen wir hier fertig machen. Dann müssen wir das Next... Ja. Ja. Ich hoffe... Die Hälfte, was wir mal ausgegeben haben, haben wir jetzt wieder eingefahren. Eben. Für den Tod. Jetzt aber vorsichtig sein hier. Dreckiger Käfer hier. Wird bestimmt Dreck auch wieder in Gold umgerechnet. Hier schon mal der erste Boss. Immer schön auf dem Kopf. Ja. So. Und da haben wir den ersten kleinen Zwischenbus. So. Und da haben wir den ersten kleinen Zwischenbus. Da ist wohl ein bisschen Dynamite drin. Dynamite. Ja. Ist es denn. Und da haben wir den ersten kleinen Zwischenbus. Ja. 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 Ja, wunderbar. Zumindest ist da der Shakepoint, ne? Ja, klar. Ja, springt doch Dreck in... Ne? Also. Wem es noch nicht aufgefallen ist, ich nehme mit was anderem auf, mit Fraps. Okay, das interessiert zwar keinen, aber es klappt auch, sag ich mal so. Ich mein... Ne. Ja, komm. Scheiß Dreck. Den will ich dann noch erwarten. Na ja. Dann wird direkt hier eine nächste Note bekommen. Ja. Oh, das war aber knipp-knapp-knappig gewesen hier. Die Monster kommen leider immer wieder. Die sehen uns auch. Mit dem einen Punkt als Auge. So. Mhm. Kann man jetzt doch hoch so? Ja. Da ist der letzte Checkpoint. Da müssen wir irgendwie von unten dran kommen. Aber wie? Hm? Keine Ahnung. Hm. Gut, da kommen wir uns entgegen. Gut. Okay. Bui. 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 Na. So. Und jetzt? Nein. Was war denn da runter? Du dreckiges Speck-Schwarzen-Grünen-Monster da. Aldisch. Okay. Dann weiche mal den Alt aus. Außer ihm hier. Den kann man nicht ausbrechen. Ich hab gedacht, wir wären bei Super Mario. Nein, jetzt sind wir nicht. So. Schön vorsichtig, bitte. So. Da kommt der kleine... Ja. Na ja. Das ist noch so ein Äpfelchen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ob der Drache jetzt wieder da ist, oder ob er einfach nur einsam ist. Ach, ihr dreckigen... Mano. 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 Babam. Ja, komm jetzt. Na so langsam brauchst du auch nicht zur Hilfe. Was ist los? Ja. Ich weiß nicht gerade, was hier los ist, aber... Was weiß ich. Kleine Verzerrungen. Und der Pixelfeld. Äh, der Drache ist noch mal da. Ja. Scheiß. Der Hund drauf. Aua. So, jetzt aber. Sonst wird der Papa weht. Und der Papa, den is drab. Im Gegensatz. Was warfuhr. Erstmal schön auf den Rücken, ein bisschen weich klopfen, dann wieder auf den Kopf. Dann wieder auf den Rücken, hier ein bisschen weich klopfen. Ach, kann man denn nicht an dem vorbeigehen, der geht mir auf die Eier, Mann. Nein, bücken kann man sich nicht, doch ein bisschen, aber nicht viel, man sieht es hier. Der geht mir auf die Eier. Tut mir leid, aber wir haben den ja schon gesehen, wir wissen ja, wie der funktioniert, also schwupps. Ah, Mann, wir verlieren immer mehr Geld, aber naja, wir werden ja bestimmt nicht dann auf den Anfang gesetzt, ne. Und es läuft keine Zeit ab, ne. Komm. Och, leck mich doch, Ende-Tag. Ich weiß, es nervt, aber so bin ich, Ende-Aus. Ach, leck mich. Noch so lange, bis wir mal da vorbei sind, Ende-Aus. Jetzt zittert das Spiel wieder. Jetzt zittert das Spiel wieder. So, jetzt ganz ruhig. Och, Mann. Hm. Ich weiß, nein. Ich weiß. Ich weiß. Also so Notes. mb Na, endlich. Er kommt mit seinen Hörnchen da nicht mehr durch. Na ja, Fallschaden kriegt man nicht, hoffe ich mal. Der letzte... Ding ist da. Checkpoint. Hoffe ich. Ja, unser Gegner, der schwarze Ritter. Das hätte man ihn nicht erwartet in einem Ritterspiel, ne? Ja, okay. Hm. Ja. 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 Wunderschön bist du. Ja, komm. Tja, er lacht sich kaputt, der kleine Wichser, kriegt er jetzt, auf sein Schnäuzchen kriegt er. Ja komm, das haben wir ja jetzt schon gehört. Ja komm, komm jo. nicht mehr so naja wir hätten wir da oben auf die boss line gucken sollen auf dem leben von eben so schwer ist ja nicht ich weiß andere schaffen das dreck und anheben ich habe das aber nicht so müsst euch mit abschneiden der kam Einfach seinen Schlägen ausweichen und wenn er da so komisch hilft. Und auf einmal, yeah baby, aber, er entkommt, Alligenfahrt ist, ja das ist eine schöne Abblende für das Level, Dankeschön, so, jetzt kommen wir hier an unserem Lagerfeuer und dann wünsche ich euch viel Spaß mit dieser Folge und bis zum nächsten Mal bei, bei, wie heißt das Ding jetzt, Night, Soul, äh, ne, Shuffle Night, ja, so. Tja, keine Ahnung, so, ciao. Tjao.